Ich möchte dir nun zeigen, wie man das vollen Kriterium anwenden kann, um Grenzwerte zu bestimmen. Betrachte hierzu folgende Aufgabe, berechne den Limes für n gegen unendlich von 1 plus 1 durch n zum Quadrat. Um diesen Grenzwert auszurechnen, können wir zunächst einmal feststellen, dass die äußere Funktion eine Quadratfunktion ist. Diese ist stetig und damit muss sie das vollen Kriterium erfüllen. Dieses besagt, dass bei stetigen Funktionen man den Limes immer in die Funktion hineinziehen kann. Sprich, weil die äußere Funktion eine Quadratfunktion ist, können wir den Limes hineinziehen und erhalten den Limes von 1 plus 1 durch n für n gegen unendlich und das Ganze wird quadriert. Diesen inneren Grenzwert können wir nun mithilfe der Grenzwertsätze ausrechnen, konkreter mit der Summenregel. Sprich, wir können den Limes auf die einzelnen Summen anwenden und erhalten so zwei Limitees, die wir konkret bestimmen können. Einmal ist der Limes für n gegen unendlich von 1 gleich 1, weil wir hier eine konstante Folge haben. Und der Limes für n gegen unendlich der harmonischen Folge 1 durch n konvergiert gegen 0. Dementsprechend erhalten wir zum Schluss 1 plus 0 in Klammern zum Quadrat und das Endergebnis ist 1. Du siehst also, das vollen Kriterium kann benutzt werden, um bestimmte Grenzwerte auszurechnen, indem der Limes in stetige Funktionen hineingezogen werden kann. Und die Limes in stetige Funktionen hineingezogen werden kann.